Hallo und herzlich willkommen zurück zu... Er hat fast WUWWUD gesagt, aber nein, es ist Guild Wars 2. Ich bin so Pursche. Ähm, um es vorwegzunehmen, Drehwerk sieht ein bisschen anders aus. Ich habe den nämlich in der letzten Aufnahme, in den letzten 10 Minuten ein bisschen umgefärbt. Allerdings ist da die Aufnahme irgendwie abgekackt und deswegen habt ihr das nicht gesehen. Ich habe noch nicht viel gemacht, ich war ja da hinten irgendwo, um genau zu sein. Hier, habe die Sehenswürdigkeit hier mitgenommen und bin dann hier rüber, hier hin, um hier ein bisschen rumzufuddeln und die neuen einzufärben. Ja, mehr habt ihr nicht verpasst. Vielleicht waren es auch eine gute 10 Minuten, die ihr jetzt verpasst habt. Aber als erstes nehmen wir natürlich hier tägliche Erfolge-Box-Gedöns an. Was haben wir denn hier drin? Ne, Handelsposten-Express. Wow. Ja, das ist ja total wichtig. Fällt gerade ein. Ich wollte mir da nur große Taschen holen. Naja. Erstmal gehen wir weiter. Wo waren wir denn überhaupt zuletzt? Zuletzt waren wir Reich des verrückten Königs. Okay. Reich des verrückten Königs. Okay. Ah, hier wollten wir als nächstes hin. Das hatten wir gemacht. Stufe 23. Und wir waren jetzt Stufe 23. Und dann wollten wir in diese Richtung hinlaufen, wenn mich nicht alles täuscht. Wir werden einfach mal da hinlaufen, gucken, was passiert. Und gut ist. Sprich, wir werden jetzt hier den Bärsch hochgehen. Die Bärsch. Nein, wir werden wir nicht, weil es ist ein Fels in der Lehe. Oh no. Heide, Wesker. Triumph vor der Tod. Stirb, du Spinner. Ja, kannst aufwählen. Die ist tot. Oh, ne, schon wieder die Königin. Oh, nö. Die soll bloß weg bleiben. Mit der Higgs zu schaffen haben. Oh, ich kann präsentisch da. Was sind das für Zeichen da hinten? Noblebeter? Nimm dir die mal ab. Komm, stirb jetzt. Oh. Ich fange gerade erst an. Oh, genau. Okay, wir werden einfach weg. Ja, ja, ganz ruhig. Wie kann man sammeln, Werkzeuge? Ja, ausrüsten. Ja, ich glaube, ich muss mir echt mal neue Taschen besuchen. Können wir eigentlich auch jetzt eben kurz machen. Aber erst will ich gucken, was dieses Ähm Dieses, äh Ding da ist. Nicht, dass ich neugierig wäre, aber Was ist denn das hier? Alter, hat irgendwas mit den Halloween-Events zu tun? Können das sein? Süßes oder saures? Okay. Und jetzt? Ähm Oh, oh. Ob das so ne gute Idee war? Jetzt geht der Kampf richtig los. Okay. Jetzt geht der Kampf richtig los, sagte er. Oh. Okay, da kommen Gegner raus. Was muss ich denn auf der Magen? Verbleiben die Gegner? Oh, ey. Ich ahne, der schlimm ist. Das werden doch nicht nur die Mumien sein. Was? Jetzt haut die Mumien doch mal da Um. Wie so'n kleines Kind. Erstmal in die Fallen reintapsen. Hey, Mumie. Aua. So. Oh, das war's schon. Äh, okay. Das sind einfacher als nur irgendwelche Events. Hm. Weißt du Bescheid. Oh, nehmen wir das Ding mal auseinander. Nimm mir das Ding mal auseinander. So. Wo wollten wir hin? Wir wollen irgendwo... Was sind das hier? Reich des verrückten Königs. Schon wieder? Hier wollten wir hin. Hm, hm. Beziehungsweise hier. Zu dem... Stundenglas. Nein. Fernglas. Oh, heißt das. Dann machen wir das mal. Hm, hm. Du bist schmerzvoll. Oh, ist... Ich steh schmerzvoll. Wie gehört das? Hier wird nicht sehr schmerzvoll gestorben. Gibt's nicht. Oh, da ist ja schon wieder so'ne Tür. Was? Wer? Nö, die hilft keiner. Schlacht um die nördöstlichen Kessel-Zügel. Oh ja, macht ihr mal. Ich will da hin. Hat man da eigentlich sonst noch was gekriegt? Öffnen. Vorratsbeutel. Ja gut, das wird ja kaum gewesen sein. Meine Taschen werden immer voller. Oh, Skelette. Was willst du denn von mir, du Kuh? Bulle. Okay, da war nur ein Skelett drin. Na gut. Schließe das nahe geliegene Event ab. Ne, das ist die olle Spende, die will ich nicht machen. Da hab ich voll die guten Erfahrungen mitgemacht. So gut, dass ich mich räuspern muss. Gibt es hier irgendwo? Da hinten. Das war zum Verkäufen. Guten Tag. Irgendwas zu melden? Ja, hier. Ja, hier. Ganz viel Schrott. Kannst du da haben. Okay, Handwerksmaterialien. Lederbeutel. Ja, den Lederbeutel braucht doch kein Mensch. Den braucht doch kein Mensch, wa? Kein Mensch. Schatten des verrückten Königs. Der wird doch auch nicht angezeigt, wo das ist. Hier? Event in der Nähe. Man kann ja mal hingegucken. Nur mal kurz gucken. Okay, da hatte ich schon die erste Leuchte. Oh, Toxascher Wurmkönig. Oh yeah. Klingt ja schon wieder vielversprechend. Ja, Wurmkönig. Komm, jetzt lass doch mal die junge Frau hier in Ruhe. Ja. Jetzt geht der Kampf richtig los. Wow. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Stirb. Du hässlicher Wurm. Spiel Ruhe. Oh, oh. Oh, ich muss hier raus. Ich muss mal kurz weg. Komm nicht wieder. Tada. Atme. Ja, atme. Oh. Oh, jetzt hell dich. Ja, genau. Natürlich eben reinrennen. Hey. Wer ist das? Der frisst mich. Oh. Lass mich los. Lass mich los du. Ich will in die Leuchte Wurm. Ja, genau. Hilfe. Nein, ich mich hauen. Oh, aufstehen. Ich hänge hier schon wieder irgendwo fest. Ja, genau. Wird schon, wird schon dann richtig, ne? Ja. Ja, komm, lass mich kämpfen. Ich brauche Hilfe. Oh, oh, oh. Ja, war's gut. Okay, genau. Das war's gut bei mir. Nein, geh weg von mir, du Wurm. Schön, dass ich sehe, wo sein Kopf ist. Oh, hässliches Vieh. Ja, genau. Schleudere mich da da rein. Na gut. Ist ja gut gegangen. Wie spinne denn hier? Bereit los zu wüten. Arschbinde. Krüsst den Rest ab. Okidoki. Wunder, dass so viele noch, ähm, hier leveln. Ich meine, das sind zwar keine Wiedergänger, was ich jetzt gedacht hätte. Ist aber ein Wiedergänger bei. Hm. Nekromanten. Demologen. Nekromant-Demologen. Ja, weiß ich nicht. Irgendwo sowas. Nekromantische. 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 Demologen. Oder so. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Okidoki. Ähm, ich muss mal ganz kurz was ändern. Gleich wieder da. So. So. Ich hoffe, dass das jetzt besser läuft. Ja, wir wollen sehen. Gucken wir mal. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Was ist denn das für ein Tor? Mehr zu entdecken. Ah, mehr zu entdecken. Was ist das hier? Achso. Wo geht's da rein? Alles klar. Aber wir holen ja hierhin, in diese Richtung. Haben sogar einen Aussichtspunkt. Ein Punkt, wo wir uns aussehen können. Ohne Hühner! Hühners! Auf die Hühners! Ja, ho! Sag es mal, ho! Okay, ist geschlossen. Das ist eine geschlossene Gesellschaft, oder? Ja, ich tue ja mal ein Teil, wenn ich da rein darf. Aber ich darf, wenn ich da rein. Oh... war toll! Natürlich runtergefallen Während schon dann da ganz nach unten war Da muss ich hin Lieber da in die Richtung Das sind so komische Skale Ja, Skalit Skalit, oh Hero Na ja, mach du mal Na komm Ja, ich hab für euch beide was Wo es zu töten steigt Wo es zu töten steigt Da, da Achso Dann müssen wir natürlich dann auch hingehen Wenn wir schon mal hier oben sind Das ist komm Da Aber warum ist denn das zu? Ah, vermute ich wegen dem Event was hier läuft Gehe ich mal von aus Äh, okay Also ich suche ja auch jede Ecke ab Aber so bin ich dann auch nicht Helft dabei die Zentauren zu besiegen Ihre Fallen zu entschärfen Und den Soldaten Äh, den Schaden Den sie mit ihren Angriffen angerichtet haben Wieder zu reparieren Uh, das ist ja auch hübsch Nicht schlecht Okay Wassereimer Ja, Wasser ist gut Machen wir erstmal hier die Feuer aus, würde ich sagen Feuerio Was? Aufheben Ja Hat geklappt Er liegt da im Dreck Der kleine Idiot Oh Machen wir das so Oh Alles gut Hö Hast du da irgendwo Feuer? Da brennt auch ein Busch Die kommen auch mit Okay Gibt es vielleicht den Eimer Wasser noch? In der Hand habe oder was? Hm Dornenfalle Da haut er einmal mit dem Fuß gegen Ist die Falle weg So wie man das macht heutzutage Uh, da hinten brennt noch ein Busch Ich komme, ich komme Ich rette den Busch Äh, ich lösche den Busch Buschlöscher Drehwerk Is on the way Warte Hier war irgendwo was Wo ist denn Felsbrocken Äh Gibt es da sonst noch irgendwas? Nö Gut, dann können wir auch die Zentaurinnen hauen gehen Kriegen die nämlich Oh, was ist das denn da hinten wieder? Irgendeine Tür Ha, 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 ha Die Tür sieht aber irgendwie gefährlich aus Ähm Verwunschene Tür Passiert hier was? Lö Geht auch wohl wieder zu Tür? Tür? Hallo? Hallo, ha, ha, ha Lö Möchte sie nicht Na gut Ne Tja, ha ha, ha, ha h